Egal, ob du große Träume hast oder dich einfach nur selbstständig machen willst, Ziele erreichen willst, dann wirst du feststellen, dass Menschen um dich herum das ganz anders sehen, als du es siehst. Einige sagen, das wird nichts, andere sagen, das kannst du nicht. Und wiederum der Nächste sagt, das hat noch keiner geschafft, warum solltest gerade du damit anfangen? Du merkst also, mentale Hygiene ist enorm wichtig, um erfolgreich zu sein. Denn gerade als Gründer gibt es in der Regel noch nichts von deinem Unternehmen. Der Name ist nicht da, die Kunden sind nicht da, geschweige denn Umsätze oder Gewinne, davon du leben kannst. Das Einzige, was vor dir steht, ist ein Risiko an Zeit und an Geldinvestitionen. Und deshalb ist es wichtig, dass du mentale Hygiene auch praktizieren kannst, weißt, wie du es einsetzt und darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Coach und Berater und Trainer, sondern selbst auch Unternehmer, habe viele Gründungsprojekte durchlaufen und noch mehr begleitet. Aber auch davor war ich Sportler oder musste auf der Bühne ganz alleine am Klavier vorspielen. Und was einen dann begleitet, sind Ängste, sind Sorgen, sind Zweifel. Und nicht alle Menschen um mich herum hatten die Gabe der Ermutigung. Viele, so meine Großmutter, hat mir ganz klar gesagt, das mit der Selbstständigkeit schlag dir mal aus dem Kopf. Viel sicherer ist doch, Beamter zu bleiben, dann ist deine Pension dir sicher. Glücklicherweise habe ich darauf nicht gehört und auch nicht auf die anderen vielen scheinbaren Ratgeber, deren Wahrheiten und Wirklichkeiten sie mir nur verkaufen wollten. Es geht also bei der mentalen Hygiene darum, dass du verstehst, dass jeder Tag, jede Kommunikation mit anderen Menschen ein Kampf um den Verkauf von Wirklichkeiten und Wahrheiten geht. Deshalb ist es wichtig, dass du eine Hygiene praktizierst. Und das werde ich dir jetzt zeigen. Schauen wir uns nun zunächst den Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklichkeit an und wie diese entstehen und welche Konsequenzen das für deinen und meinen Alltag hat und wie du dich dann auch davor schützen kannst. Das, was diese drei Personen A, B und C gemeinsam haben, ist eine gemeinsame Wirklichkeit. Das, was Václavik unterscheidet, ist in die Wahrnehmung erster und zweiter Ordnung. Die Wirklichkeit ist das, was alle drei Personen hier umgibt. Das heißt, theoretisch könnten alle drei Menschen, wenn sie in dem gleichen Raum oder in dem gleichen Flugzeug oder Auto sind, theoretisch das Gleiche wahrnehmen. Das bedeutet, das Gleiche sehen, das Gleiche hören, das Gleiche fühlen, riechen oder schmecken. Tatsache ist aber, dass selbst diese Wahrnehmung erster Ordnung schon ganz unterschiedlich ausfällt, weil unser Gehirn, dein Gehirn von den zwei Millionen Bits, also Informationseinheiten, die pro Sekunde einprasseln, fast alles rausfiltert. Über 99 Prozent wird weggefiltert und dann bleiben nur 136, 158 Informationen übrig. Und diese übrigbleibenden Informationen, die also nicht weggefiltert werden, die werden dann von jedem Menschen in der Wahrnehmungsebene der zweiten Ordnung nach Václavik auch noch ganz unterschiedlich bewertet. Denn alle drei dieser Personen haben ein unterschiedliches Elternhaus durchlaufen, haben eine unterschiedliche Ausbildung gemacht, eine unterschiedliche Biografie. Vielleicht kommen sie aus einer unterschiedlichen Kultur. Auch ist es so, dass die Menschen ganz unterschiedliche Bewertungen haben zu fast allen Dingen des Lebens. Für einen ist das Telefon ein Kommunikationsmittel, um mit Freunden zu telefonieren. Mit dem anderen ist es wiederum ein Angstzustand, weil ich jetzt Kaltkontakte Kunden anrufen muss, weil hier eine Erfahrung aus dem Callcenter vorliegt. Der Nächste sagt, Autos sind was Tolles, weil ich meine Freiheit ausleben kann, weil ich flexibel bin, überall schnell hinfahren kann. Für den Nächsten ist es vielleicht ein Zustand, ein Gegenstand des Angstes, weil er gerade einen Unfall hatte oder weil dieses Auto ja seine Zukunft durch Klimaschädlichkeit vernichtet. Auch das Thema Geld ist ganz unterschiedlich besetzt. Beim einen ist es etwas Schlechtes, etwas Böses, die Wurzel allen Übels. Und beim nächsten kann es wiederum sein, dass Geld nicht den Charakter macht, sondern den Charakter zeigt und ein gutes Tauschspinnel ist, um Gutes zu erzeugen. Das bedeutet also, dass alle drei Menschen in der gemeinsamen Wirklichkeit theoretisch die Chance hätten, das Gleiche wahrzunehmen, aber das Gehirn filtert schon. Und selbst das Gefilterte, wenn alle das Gleiche rausgefiltert hätten, trifft auf eine ganz andere Welt an Bedeutungsbeamessung, die basierend ist auf den individuellen persönlichen Erfahrungen und den damit gemachten Schmerzen und den verbundenen Freunden. Und jetzt wird es vielleicht für dich klar, weshalb die Wirklichkeit zwar theoretisch gleich ist, aber die darin konstruierten Wahrheiten in der Welt des Menschen im Kopf zwischen den Ohren ganz unterschiedlich sein können. Wir haben 8 Milliarden Menschen auf der Welt und wahrscheinlich auch 8 Milliarden verschiedene Erfahrungsabläufe, Karrieren, Biografien und damit auch sehr wahrscheinlich 8 Milliarden verschiedene innere Welten. Wenn wir also Václavík, den Kommunikationsforscher, streng nehmen, könnte es bedeuten, dass wir nicht nur 8 Milliarden Menschen haben, sondern 8 Milliarden innere Welten. Das bedeutet, wenn eine gleiche Information, die gleiche Wirklichkeit alle Menschen gleichzeitig treffen würde, dann würden wir trotzdem bis zu 8 Milliarden verschiedene Wahrheiten haben. Was bedeutet das nur für dich zum Thema mentale Hygiene? Dein Umfeld, deine Familienangehörige, deine Freunde, deine Kollegen, deine Nachbarn, werden auch ihre Bedeutungsbeimessung gemäß ihrer persönlich gemachten Erfahrung und Einstellung haben. Folglich wird ihre Wahrheit nicht deine Wahrheit sein. Wenn du dich also entscheidest, dafür, dich selbstständig zu machen, erfolgreich zu werden, große Ziele und Träume zu verwirklichen, dann ist das deine Wahrheit und in deiner Welt möglich, aber in der Welt deines Nächsten möglicherweise nicht. Das Problem ist nur, wenn du mit diesen Menschen zusammentriffst, dann versuchen die Menschen, sich gegeneinander davon zu überzeugen, denn Kommunikation ist nicht nur die Datenübertragung, sondern auch immer der Versuch, den anderen zu beeinflussen. Du bist also im Austausch mit anderen Menschen, selbst wenn die nicht sprechen, siehst du es über Mimik, über Gestik, über Blicke, siehst du die Einschätzung der Menschen zu deinen Entscheidungen, zu deinem Handeln. Das heißt, egal ob es explizit, implizit, also ausgesprochen oder nicht ausgesprochen, zwischen den Zeilen wirst du Feedback bekommen, während die Menschen um dich herum versuchen, dich zu beeinflussen. Und hier macht es Sinn, dass du mentale Hygiene praktizierst und ich zeige dir jetzt wie. Stell dir einfach mal vor, du kommst aus einem vielleicht südostasiatischen Raum zurück, per Flugzeug nach Hause. Und bei dir wird eine Veränderung deines Immunsystems, deiner Temperatur festgestellt. Das bedeutet, du bist infiziert. Und solange jetzt niemand weiß, was mit dir genau ist, ob du eine gefährliche, ansteckende Krankheit hast, solange wirst du nicht zurückgelassen in die Gesellschaft. Denn direkt nach der Landung im Flugzeug kommst du in ein Krankenhaus und dort gibt es einen speziellen Raum für dich. Und dieser spezielle Raum nennen wir Quarantäneraum, abgekürzt Q-Raum. Und dort bleibst du so lange, bis du entweder völlig symptomfrei und gesund bist oder bis genau diagnostiziert wurde, welchen Virus, welchen Keim du dir eingefangen hast. Und genau das Gleiche empfehle ich dir, wenn du jetzt die Person A bist und du mit B und C dich unterhältst. Denn B wird dir Kommunikationsinformationen zukommen lassen, genau auch wie C. Und diese Information empfehle ich dir, dass du die nicht in deine Wirklichkeit, in deine Wahrheit hineinlässt, sondern dass du innen, in deinem Kopf, dir einen Raum aufbaust und den du dann beschriftest, mein Quarantäneraum für die Meinung der anderen. Und dort lässt du dann die Meinung von C und B parkst das dort. Du sagst weder, das ist richtig, noch das ist falsch, das ist gut oder schlecht. Keine Bewertung. Ganz neutral kommt die sachliche Information von B und C rein. Und du kannst dir irgendwann morgen, übermorgen, nächste Woche, beim nächsten Coaching, mal Gedanken dazu machen, was B und C gesagt hat. Denn auf der einen Seite kann es völliger Quatsch sein, weil die Wirklichkeiten, die inneren Wahrheiten von B und C quatsch sind. Auf der anderen Seite kann es aber auch wertvolles Feedback sein, was dich weiterbringt. Aber das überprüfe erst, bevor diese Menschen oder diese Aussagen aus dem Quarantäneraum reinkommen und anfangen, deine innere Welt zu beeinflussen. Denn Fazit ist, die meisten Menschen um dich herum, um mich herum sind nicht erfolgreich. Die meisten Menschen haben sie eben keine Ziele gesetzt und können deshalb gar nicht erfolgreich sein, weil Erfolg die fortgesetzte Verwirklichung selbstgesetzter Ziele ist. Die meisten Menschen sind irgendwann übergewichtig oder krank oder wachsen nicht in ihrer Berufung hin zu ihren Zielen. Und alle Menschen, auf die das zutrifft, kannst du dir vollautomatisch vornehmen, dass diese Meinung, dass diese Äußerung, die Kommunikationsinhalte gleich in den Quarantäneraum kommen. Denn dort sind sie gut aufgehoben. Und wenn du dich überprüft hast und du stellst fest, wow, das war eine persönliche Meinung, die zurückzuführen ist auf die persönliche Kindheit oder auf das Angestelltenverhältnis oder auf die Mutlosigkeit oder weil dieser Mensch sich entschlossen hat, überall das große Opfer zu sein und nur Rechtfertigung möchte oder deine Aufmerksamkeit, da kannst du das Nächste machen, was auch ein Lebensmittelmarkt macht. Wenn die Lebensmittel abgelaufen sind, dann fliegen sie in die Tonne. Das heißt also, dann geht es aus dem Quarantäneraum gleich in die Bildtonne, aber nicht in deine innere Welt. Also achte darauf, dass du in der Kommunikation mit den Menschen um dich herum alles erstmal in Überprüfungen standstellst. Das gilt auch für die scheinbaren positiven Vorbilder. Es gibt Menschen, die haben genau das erreicht, was du auch erreichen willst. Die sind also schon in diesem Segment erfolgreich. Es kann aber sein, dass der beruflich erfolgreich ist, aber seine Gesundheit ruiniert hat. Das heißt, auch von diesen Menschen gilt es, alles zu prüfen und nicht zu sagen, der hat an einer Sache Recht und deshalb hat er an allem Recht, dann infizierst du dich auch. Also, lies viel, kommuniziere viel, schau dir gerne auch viel YouTubes an, unterhalte dich mit Menschen, aber parke alles im Quarantäneraum und überprüfe es. Nicht nur nach dem Prinzipien, ist es richtig, ist es wirklich wahr, auch in deiner Welt und ist es der richtige Zeitpunkt, ist es nützlich, sondern mach dir einmal eine Checkliste, wo du anhand von logischen, neutralen Kennzeichen, Überprüfungskriterien dir selbst beweisen kannst oder überprüfen kannst oder mit einer Reihe von Coaches und Mentoren und Freunden überprüfen kannst, ob das wirklich die Wahrheit ist, was es mit deiner Geschäftsidee, deinem Vorhaben, deinem Ziel, deinen Absichten aufsichert. Wenn du ganz sicher gehen willst, dann machst du es bei besonderen relevanten Punkten und Äußerungen aus deinem Umfeld, zum Beispiel kann man sich jetzt noch selbstständig machen, wo wir diese Krise A oder diese Krise B haben, dann empfehle ich dir, solche Sachen auch schriftlich zu machen und mit verschiedenen Menschen zu besprechen, die ganz unterschiedliche Wirklichkeiten, also Erfahrungen haben. Und deine Aufgabe ist wie beim Puzzlespiel. Du nimmst dir aus allen Wirklichkeiten und Meinungen tatsächlich die Puzzleteile raus, die du überprüft hast, die nicht beeinflusst sind von Rechtfertigungen oder von Opferattritüden, wo Menschen sich selbst nur entschuldigen wollen. Bau dir also selbst deine innere Welt zusammen, denn vor den Ergebnissen musst du ganz persönlich Rechenschaft abgeben. Hier vor deinen persönlichen Freunden in der Zukunft, vielleicht vor dir selbst auf dem Sterbebett und wenn es danach weitergeht, auch vor dem, der die Welt erschaffen hat. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dich kommunikativ, aber auch inhaltlich vorzubereiten, auf deine Zukunft, also deine Finanzgeschäftsplanung zu machen, deine Konzepte, deine Ideen abzubilden, die Projekte umzusetzen, Team aufzubauen, vor Investoren zu pitchen, dann bist du gerne eingeladen, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link findest du direkt unter dem Video. Aber like auch gerne das Video, abonnier den Kanal und vergiss nicht die Glocke zu betätigen, denn wir leben von unserem guten Ruf und auch deiner Weiterempfehlung. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner mentalen Hygiene, dass deine Wahrheit, auch deine persönliche Wahrheit bleibt, die du beschützt, das ist das Wertvollste auch mit, was du hast und dich nicht beeinflussen lässt, ungeprüft beeinflussen lässt von den Wirklichkeiten und scheinbaren echten Wahrheiten oder einzigen Wahrheiten, die andere Menschen dir verkaufen wollen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schiefe.